genau ich habe nämlich da vorne habe ich geendet weil da fängt schon an mit krasses ruckeln please no ja dieses mal werde ich den auf jeden fall sehr schnell töten ich bin mir ganz sicher dass ich da weniger als es ist ja lustig dass die die pfeile so pfeifen genau dieses mal werde ich da maximal einmal sterben natürlich ich bin mir ganz sicher doch sie schlafen gut ich weiß noch also ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich das machen soll mit den wochen stream also ich will ja wenn odyssey rauskommt will ich ja einen wochen stream machen aber ich weiß nicht wie ich das machen soll also ich hoffe dass wir diesen neuen upload bis nächsten monat bekommen das weiß ich aber nicht kann ich nicht versprechen ja ich hoffe aber dass das funktioniert wie ist es eigentlich mit dem sound gerade also passt es so ist das spiel laut genug also ja gerade kann man es nicht wirklich sagen weil die nicht wirklich was redet nicht wirklich was sagt wenn ich letztes mal nicht hier hochgegangen ich bin hier drüben glaube es ist gut super Sarah hast du dir eigentlich jetzt schon damen gambit fertig angeschaut noch visuell ist solcher letzten letzten heading nächsten mittwoch wolltest du ja fertig schauen rote maske aber das ist nichts zum anziehen ja gut das wäre ein bisschen komisch wenn ich jetzt mit einer roten maske rumlaufen würde und da unten war glaube ich auch was war hier was ah ja da genau genau so war dann tut mir leid du musst hier reinspringen ah genau da bin ich ja mir mal stecken geblieben dann stimmt hier vorne muss ich rein da fände ich es zum beispiel cooler wenn man danach irgendwie ans feuer gehen müsste aber müssen hier ein bisschen mehr feuer sein ne meine dozentin hat spontan abends ihr zoomraum aufgemacht und wir haben eine tour gemacht und noch mit zwei anderen studenten zusammen gechillt schon gearbeitet ist ist aber auch richtig cool wollten weiter vorhin weiterschauen aber dann dachte ich ja ne achso ja ja morgen wird dann zu ende angeschaut ja cool ja sorry das war das war einfach nur blöd genau ja das haben wir ja schon gemacht aber einfach so bestellt qtree letztes mal habe ich auch schon bestellt gesagt bestellt qtree nicht und die wölfe lassen und ich kann diese leiden ach Gott ich tue mir sehr sehr schwer mit diesen narben aber die klingt so cool oh ein schneefuchs macht den jump oh die fressen ok ähm ja ich äh spoiler nix dann keine sorge ich bin nur drauf gekommen weil ich folge ja den einen schachspieler ich mache nichts den einen schachspieler auf youtube und da habe ich mir als die serie vorbei war habe ich mir so gedacht so bitte geh auf die ganzen spiele ein und es wäre voll interessant zu sehen ob die wirklich sinn machen soll ich rüberkommen und vorlesen ja bitte genau ob die überhaupt sinn machen und gestern nacht hat der eben auf das ist auf das letzte spiel eingegangen da findet ein kampf statt ja ich warte mal kurz genau er ist auf das letzte match eingegangen und der in der ist niki aus dem schweren schwärmen rausgekommen das war so schön weil das halt einfach ein cooles coole serie ist da hat mich vom schwertkorps weil wir gut richtig Opera was ist mit dir aber kürte wie wollte mich verkaufen ein fehler der bereut höre wird Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, zwei Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Ja, die böse Hütte. Oh. Keine Ahnung, ich musste gerade schon wieder lachen. Letztes Mal musste ich ja auch lachen. Oh, schön. Raben rufen. Ich rufe den Raben. Also echt komisch, dass man hier nicht mehr die... Die Wachen wirklich sieht. Das war ja bei Odyssey, beziehungsweise bei den ganzen anderen Spielen. Bei den anderen Assassin's Creed Teilen. So. Gut. Aber hier gab es ja, glaube ich, eine Skill. Kjötwis Krieger krauchen durch Irrwaldsnees wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Naja, letztes Mal sind wir durchs... Meine Mannschaft sollte da drin sein. Mhm. Letztes Mal sind wir durchs Tor gegangen und niemand hat uns gesehen. Naja, die sind halt nicht ganz so clever drauf. Warte mal, ich habe hier ein Schild bekommen. Das will ich... Ah, ja. Waffen, es gibt drei Waffenfelder. Ja, ja, ja. Haupthand, nebenhand. Zwei Waffen, Bogen. Alles gut. Genau, so. Im Dach sollte es eine Öffnung geben. Ah, das sollte es wohl. Wie lautet, der Schnee ist voll cool. Oh man, ich will Schnee haben. Gut, Sarah. Wie oft glaubst du, sterbe ich? Letztes Mal sind wir, glaube ich, viermal gestorben oder so. Ja, willst du da nicht... Ah, jetzt hat er will. 50.000, Sarah. Schön. Irgendwie. Feigling, binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand. Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du, leg die Axt beiseite oder stirbt euch meine. Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal. Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Ja, weil ich habe nämlich... Ich schicke dich direkt zurück. Ich habe nämlich gespeichert. Oha, die beleidigt mich. Der beleidigt mich. Alter, habe ich geübt oder was? Äh, Ausdauer. Genau, ja, das finde ich richtig. Mann, ey! Ich bin nicht gestorben. Gut, gut, gut. Nice. Natürlich. War einfach. Hättest du sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Easy. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein. Nimm deine Axt! Nein, Varin. Tötet sie alle! Nein, Varin! Nein! Psst, Sarah. Ich verraten. Was ist das? Entschuldigung. Es sieht immer noch so geil aus. Eivor, was ist mit dir? Ritt uns los! Was? Oh, ja, natürlich. So. Ja, cool. Nice, das freut mich. Und Sarah hat neue Emojis, oder? Also das, ähm, das vor, äh, schade, dass, ähm, Rikulv nicht zu uns gehört. Den kenne ich noch nicht. So, ähm. Ja, nice. So. Dann geht er wieder schnell. Wolltest du nicht belohnen, auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her! Wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt! Wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Wieso sind die eigentlich hier bewaffnet und, äh, mit Rüstung im Gefängnis? Das ist irgendwie etwas seltsam, würde ich mal behaupten, so als Laie. Also, ich weiß ja nicht, wie man jemanden gescheit einen Kerk hat. Habe ich ja noch nie gemacht. Hey, warte auf mich. So, let's go. Guten Tag, die Herren. Ich schieße euch ganz gemütlich und ich werde gleich, gleich ausweichen und ein, ich wollte gerade Erdbegrünge zum Nachladen, aber egal. Alter, die sind so brutal, ich schlitze dich auf. Das ist nur aus der feinen englischen Art geworden. Ah, das ist ja noch nicht England. Huhu. So. Und er. Oh, doch nicht. Räuber, wir sind keine Räuber, wir sind Wikinger. Ist quasi das Läder, aber. Wir sind keine Räuber. Alter, das war wieder die... Oh, ich habe so eine Hand abge... Abge... Abgestangen, aber die braucht ihr ja nicht. Oh, ich habe, glaube ich, gerade meinen Kumpel da erwischt. Uh, nice. Alter, was war das denn? Ja, ich zerschlage einfach die ganzen... Ihn zerschlage einfach die ganzen Säune hier. Ach, krass, das kann man hier wirklich machen. Nice. Alter, da ist ja noch einer. Sehr schön. Gut. bleiben wir wachsam das ist eine gute devise sind wir hier richtig wir müssen hinter ach genau und da vorne ist ja noch eine truhe nancy hat neue emojis ich will auch unbedingt entschuldigung da sind ja noch welche da ist ja noch jemand ja entschuldigung warte mal danke ja ich bewahre einen kühlen kopf woher kommen die denn immer wie komme ich da noch mal hin fenster genau hier ist die truhe kohlebaren ich hab voll kohle war da was nee das ist nur das fenster gut let's go outside loot 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 probieren das war ich glaube wir sollten langsam mal zum schiff wo geht es denn zum schiff hin geht es hier runter ja da ist das schiff gehen wir mal zum schiff weil der gute typ da also unser kumpel der wartet ja schon längst auf uns so der hat bestimmt hier noch nicht alle getötet der schweiß der schlachtfließe oh ich wollte eigentlich ich hab den gekümpft tut mir leid massiert der hinter mir gerade meinen rücken mit der axt ich hab einen pfeil ok keine ahnung das ist irgendwie lustig irgendwie treffe ich hier mehr als ich letztes mal getroffen habe ich weiß nicht warum ich weiß echt nicht warum ich weiß echt nicht warum dass ich das auf easy gemacht habe aber ich glaube ich habe es nicht auf easy gemacht ähm wo steht denn das Schwierigkeitsgrad standard und steichen ist auch standard aber letztes mal habe ich ja hier richtig also ein bisschen gestruggelt also nur ein ganz kleines klitzekleines bisschen das war halt alles neu für mich äh komm ich da rein ich will da rein hm egal gut dann dann fahren wir mal mal wollt ihr einer lady nicht mal helfen ach dann mache ich es halt alleine ja bragi nehmt eurer ruder die wahlstraße der bragi das wurde ja auch Zeit nicht quengeln sondern ruder ja zerze segel so warte ich schau mal kurz auf die ähm Tobi du du Scherzkeks du ähm so gut dann machen wir mal das kurz dieses mal fahren wir nicht hier rum weil ja das das machen wir irgendwann später ähm schauen wir mal was hier so rum geflaggt und das war's so Flo Sarah ah schön du bist recht still Eivor kein Wort über das Unheil in das du uns geführt hast wir hatten in diesem Kampf keine Verluste und die Männer die uns erniedrigt haben sind tot was gibt es da zu sagen wie wäre es mit ich war dumm selbstsichtig tollkühn blind störrisch und ich stinke nach blut und scheiße meine Fassung gefiel mir besser Tja Tja Eivor sieh nur jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel kühlt wie es Männer sie nagen an jedem freien Fleckchen na gut dann machen wir ja zuerst das selbst wenn du halbtot wärst könnten wir sie leicht besiegen dann besiegen wir sie mal sehr leicht oh ich hab keine Pfeine mehr das ist Unpraktisch wuhu oh hier ein Doppelstapel wär am geilsten gewesen so rein rein daschen und dann wirbelsturm gut ihr macht das schon äh ich loote mal ein bisschen habt ihr irgendwo Pfeile? ich hab keine Pfeile mehr guten Tag weißt du noch was? so ich hab immer noch keine Pfeile das ist so brutal so warte ich zeig euch mal wie man sie tötet so tötet man sie ähm ach da ist noch einer guten Tag guten Tag guten Tag wir sind hier fertig zurück zum Schiff hast du mich gerade habt ihr mich gerade abgeschossen? ach wir sind hier also fertig also sollte ich nicht looten also soll ich das hier alles also mein Charakter sagt ich soll den Knochenbeißer hier lassen ok ah da war noch was ja ohne ganz voll weißt du noch der Rise of the Tube Rider wo unsere ganzen Taschen die ganze Zeit voll waren das war lustig gehts gut gehts gut gehts gut gehts gut mir gehts auch gut falls jemand das gefragt hat ich hab nicht aufgepasst äh loot 3 Silber nur 3 Silber nur 3 Silber hatte er 3 Silber 1 Silber 2 Silber 2 Silber 3 Silber was welche Sprache war das ich erinnere mich nicht dran es ist so leicht die Sachen zu triggern Tobi du bist voll ah da ist was ich bin voll naja egal so dann schauen wir mal was da drüben ist weil ich glaube das ist so könnte ein bisschen heftig für uns sein Segel setzen so weil ich weiß dass ich ja nicht gefragt hab hm so wie das ist voll so wie sind ich glaube Vielen Dank.